Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Prince of Persia! Ja, für mich dauert es mal wieder eine Weile bis ich weiter spiele. Das letzte Mal spielen war vor Ewigkeiten und kein Schimmer mehr wie was funktionierte. Wir haben hier gerade bis aussieht das Gebiet befreit und sind noch hier oben gegangen. Aber da muss man eh gehen. Gute Aussicht! Wie ging das schon wieder? Ach ja, so. Gut, gut. Hier hoch. So sieht nicht aus und hoch hier. So dachte ich mir das eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich hier mal hoch. Das ist jetzt einfach nicht hin. Sie sind auch nicht so... Ich komme mit dem hier wo. Das war knapp. Ich glaube mit dem zumal... Also, gib mal hier rüber. Hey, da muss ich, glaub ich, er. Verdammt. Ja, bis ich mich da ein bisschen daran gewöhnt habe, kann es noch eine Weile dauern. Frag mich nicht, wieviel eine Weile ist. Wenn das weiter Zeitpunkt gibt, dann... Ah, du weißt, wir können noch nicht viel haben. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin hier. Kann ich hier überhaupt hin? Kann ich jetzt? Ich glaube, ich kann jetzt hier. Ach so, Flügel. Das ist die Kraft, die man braucht. Wie es aussieht, habe ich die Flügel aus. Es gibt Schritte, Atem, Flügel. Ja. Hand gibt es auch noch. Atem, Schritt, Hand und Flügel. Hm. Ah, da hätte ich auch hier. Atem, Flügel und Sprit. Gut. Gut. Hier habe ich jetzt... ...gebracht, das sind keine... ...weil... ...zu, mit der... ...ah, aber auswählen will ich raus. Das hier. Okay, gut. Ich weiß, dass es hier dann weitergeht. So. Später. Ich glaube, dieses Thema hat mir schon. Ihr seht nicht gut aus. Sagt ihr das zu allen Frauen? Kein Wunder, dass ihr alleine mit einem Esel in der Wüste gelandet seid. Ach, hier. Ach, hier. Ach, hier. Nee, ich glaube, hier unten geht weiter. Geht mal wieder hier zurück. Noch mal wieder zurück. Ich glaube, es geht weiter. So. Hier. Ich glaube, es geht weiter. Ich Schraube. Ja, ich bin so... Das ist der Wunsch alles. gut sie zu so beschaffen das ist das hier überhaupt auch sonst Struhlen. Die sollten machen wir nur hier um zu arbeiten vor dir. Sowas in der Art. Aber hier. Hier kann man hochgehen. Was hier kann man nicht hochgehen? Hier kann man doch bestimmt nicht hochgehen. Verarscht mich da. Kommt man. Nee. Hier kann man auch weg. Hier kommt man hoch. Ich muss also was dort weitergehen. Hier kann ich nicht so links und ich werde hier gerade angeschrieben im Skype. Was ich gerade gar nicht kann. Ähm hier kann man auch. Was zur Fälle war das. Ah. Du. So so wie hier ich das machen würde. Ich glaube das ist zumindest für ein einziger. 1. 2. 5. 3. 2. 2. 3. 3. 1. 3. 4. das gehört im Spiel bis aus und es sehe ich gerade nicht mehr wie viel Zeit vergangen ist was auch nicht praktisch ist ich hoffe der Sound stimmt jetzt und habe ich jetzt ganz runtergeschraubt tief kann ich nicht mehr machen was zur Hölle ist eigentlich dort hin ich habe mich so groß für das Teil ich glaube da kann man irgendeine Fähigkeit benutzen und dann führt das hier zu irgendwas was zur Hölle da ist es immer noch verflucht hätte ich jetzt nichts erwartet dass da noch was geflucht ist vielleicht braucht man hier den Arzen oder sowas naja hier ist ein bisschen weit wo kann man hier lang da fragt man hier ist der richtige Weg ha, da bin ich gut ach hier ist ich gehe zum neuen Gebiet deswegen was wie ist das ich war zu langsam das war das erste Mal das ich erlebe noch zu kurz vor wir müssen weit springen naja wir müssen sowieso das Gebiet zurück weil wir gehen noch mit allen und ich und ich es hier gehen wir doch mal hier weiter ich spüre ne Ich habe keinen ungefählen Prozent von Spielstuhl durch, ob ich das auch nicht in 4 befassen kann, dann komme ich nicht so weit. Ach, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich mich jetzt nicht mehr... Jetzt geht's. Ah, ich habe das Gegner. Ich müsste sowieso mal wieder kein Training haben. Bereit? Wie immer. Ja. Na gut. Ne, bin ich da reingewutscht. Haule Shit, das war das Kombo. Wieso ist das ein bisschen verklebt da? Wow, er ging auf die richtige Seite. Und schlipsen. Zack. Schup, ups. Ich bin langsam wieder weit. Hier kommt glaube ich nicht so weit. Ah doch. Sprub. Ich glaube hier kommt... Oh, die muss ich sagen. Netter Turm. Wie nennt man diesen Stil? Es liegt zistisch... Das fruchtbare Gebiet ist... ... oben auf dem Turm. Na klar, warum sollte man das Ding auch ins Erdgeschoss einbauen? Hier können wir genauso gut anfangen wie anderswo. Wohin jetzt? Durchgehabt. Wenn ich jetzt hier durchgewiesen wäre, wäre... ... oben durchgekommen. Gut zu wissen. Das ist irgendwie schon recht stylisch. Rüber da! Kannst du mal da nochmal drauf? Wieso kehrst du immer rum? Was hat ihn so aufgeregt? Das ist der Turm der Märtyrer. Er brachte immer Gefangene hierher. Zum Spaß. Und jetzt springen wir rein, um zu spielen. Und los geht's! Ich hoffe, das Fliegen wird nicht anstrengend. Wow! Durchhalten! Holy crap! Ah, gerade durch. Ah, unter! Oben! Oben! Ich hab' das aber was. Ich sollte mich glauben, ja. Ich könnte es mal ein bisschen übersichtlicher sein, diese Scheiss fliegen. Mann Mann! Das sieht man ja gar nicht nicht, wo man hinfliegt. Äh... Man fliegt zu denen, es bitte. Man fliegt zu denen, es bitte. Ich hab' das mal. Oh! Oh! Nenn- Ja, er ist ein Jäger vergessen. Ich schätze, wir können an dieser Wand runter. Glaubt ihr, das war's? Glaubt ihr, es sei so einfach? Wir kommen zurück, wenn wir hier wieder rausfinden. Nach oben oder unten? Nach oben geht nicht. Wir müssen runter. Wir sind im Revier des Jägers? Irgendeine Idee, was er mit uns vorhat? Er hielt hier Gefangene fest, um sie durch die Stadt zu jagen. Und dann, dann hing er seine Trophäen an die Mauern dieses Turms. Diese Trophäen waren wohl keine Blumengebinde? Es waren die Leichen der Gefolterten. Männer, Frauen, sogar Kinder. Alle, die Ariman im Weg standen. Also, wenn wir den Jäger nicht töten, enden wir als Wandschmuck. Ja, na, wenn uns das nicht motiviert, was dann? Wir müssen ihn nicht töten. Wir müssen ihn nur zurück in Arimans Gefängnis treiben. Aber ihr glaubt nicht, dass er uns das so leicht machen wird, oder? Glaubt ihr, der Sturz war die Falle? Oder glaubt ihr, die Falle ist hier unten? Wir müssen wieder nach oben finden. Was würde er tun, wenn wir einfach hierbleiben? Das will ich gar nicht wissen. Versuchen wir hier rauszukommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab nicht vor, als Trophäe zu enden. Das sieht wahrscheinlich schon. Ich glaube, das sollte ich halt nur noch weitergeben. Ich sehe das so... ...verhittert. Gern. Und schnell weiter. Ah, ich bin noch weiter. Ich bin sehr grob, ich bin sehr rein von vor. Los! wenigstens auch gerade was rauskippt es ist extrem nervig wenn ich unterfalle machen wir einfach mal einen schnellen Durchlauf sonst ist es da auch bis 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 direkt weiter Ich glaube es ist nicht so prompt, dass es wie es geht. Oh, das ist schnell. Falte auf den Kopf. Also wenn ihr fragt, ich krieg einfach irgendein Knopf und hoffe, dass irgendwas kommt raus. Er ist von der kräftigen Sorte. So ein Geben kriegt er jetzt. Oh crap. Oh crap. Halt einmal aufhören damit. Könnt ihr weitermachen? Machen wir wieder den Knopf, oder kein? Ja Jäger, du wurdest gejagt. Wow, er bringt den gleichen Spruch hin. Ich glaube, dass ich nicht so ganz richtig gut bin. Ich kann es sein, dass ich genau den Ketten sich gemacht habe. Ah, das war gut. Ich kann ein bisschen schneller. Oh, ich muss ein paar schon lange beenden. Oh. 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 Ah, dann beende ich hier mal den Part. Bis zum nächsten Mal Leute, hey tschau.